Nachdenkseiten Die kritische Website Ami, go home. Wir sorgen selbst für unsere Sicherheit durch Europas militärische Stärke. Ein Artikel von Albrecht Müller Ist das realistisch? Und unsere einzige Alternative? Vor kurzem, am 21. April, erschien auf dem Blog der Republik ein Beitrag von Hans-Christian Hoffmann mit dem Titel Europa – Anhängsel oder Partner der USA? Dieser Beitrag ist im Schrifttext verlinkt. Der Autor setzt sich kritisch mit der Vorstellung des französischen Präsidenten auseinander, Europa könne eine eigenständige Rolle in der Weltpolitik spielen. Hoffmann plädiert für die enge Anlehnung an die USA. Die Überschrift entspricht nicht der Kernbotschaft. Diese ist im letzten Absatz formuliert. Europa werde absehbar allein niemals in der Lage sein, ein Gegengewicht zu der neuen Allianz aus Russland und China zu bilden. Daraus Folge, Partnerschaft zu den USA aufbauen, statt von einer europäischen Großmacht zu träumen. Mit ähnlicher Tendenz war schon am 10. April ein Artikel vom gleichen Autor erschienen mit dem Titel Europa – Dritte Supermacht zwischen China und USA? Nebenbei. Interessant ist diese Häufung der gleichen Botschaft. Ich greife diese Äußerungen und das Thema auf, weil ja nicht nur Macron, sondern auch andere, wie beispielsweise Oskar Lafontaine mit seinem Buch Ami, it's time to go – Plädoyer für die Selbstbehauptung Europas – eine andere politische Linie verfolgen. Einige, wie etwa Macron und Oskar Lafontaine, denken daran, Europa müsse sein eigenes militärisches Potenzial bündeln und, soweit noch nicht geschehen, aufbauen. Das kann man so sehen. Aber erstens ist das realistisch. Und zweitens ist militärische Stärke das einzige und sinnvolle Mittel, um Sicherheit zu erreichen. Erstens. Ist das realistisch? Der Aufbau einer einheitlichen europäischen militärischen Macht ist schwierig. Nicht nur wegen der Gründe, die Otto Hoffmann nennt. Die Vielfalt der Sprachen zum Beispiel, sie ist auch deshalb schwierig, weil die Vorstellungen über das Verhältnis Europas zu den USA und zu Russland deutlich divergieren. Nehmen wir mal Polen, einige baltische Staaten und die Ukraine im Vergleich zu Deutschland und Frankreich. Insbesondere bei Polen ist deutlich sichtbar, dass die USA voll im Spiel sind. Polen wird dem schon gerecht, was Otto Hoffmann an Vorstellungen hegt. Enge Partnerschaft mit den USA und Aufrüstungen enger Partnerschaft, möglicherweise unter Einbeziehung der Ukraine und immer zu verstehen, als Teil der als unveränderlich gedachten Konfrontation mit Russland. Darüber hinaus ist ja deutlich erkennbar, dass die USA verschiedene ihrer Einrichtungen und Dienste großen Einfluss auch auf die Politik, Politikerinnen und Politiker in Frankreich und Deutschland haben. Bei uns reicht ja schon alleine ein Blick auf die Grünen. Von Joschka Fischer über Özdemir bis zur amtierenden Außenministerin, über weite Strecken fremdbestimmt, US-bestimmt. Bei der CDU und CSU und der SPD und selbst bei der Linkspartei gilt das leider in weiten Teilen auch. Wir müssen also gar nicht nach Polen blicken, um zu erkennen, dass ein von den USA unabhängiger Aufbau eines militärischen europäischen Potenziales ziemlich illusionär ist. Zweitens ist militärische Stärke das einzige und sinnvolle Mittel, um Sicherheit zu erreichen. Das strategische Denken folgt in der Regel alten Kategorien, dem Aufbau und der Konzentration militärischer Macht. Unsere Rolle als Teil Europas könnte aber genau darin bestehen, nicht in Konfrontation mit Russland und auch nicht in Konfrontation mit China oder mit anderen Völkern und Ländern der Welt zu existieren und zu florieren, sondern ganz bewusst, statt auf Militär, auf gute Nachbarschaft zu setzen. So wie wir das übrigens in der Zeit der Entspannungs- und Friedenspolitik schon einmal und erfolgreich gemacht haben. Warum der Rückfall auf das Militär, auf militärische Stärke, statt auf Vertrags- und Entspannungspolitik zu setzen? Warum diese Restauration? Warum diese Rückwärtsentwicklung? Was spricht denn notfalls dagegen, Polen und seine potenziellen Partner ihren militärischen Konfrontationskurs fahren zu lassen, diesen aber nicht mitzumachen und stattdessen auf sich Vertragen zu setzen? Das könnte dann damit verbunden sein, die Konzentration auf das militärische Potenzial im Falle Polens nicht auch noch finanziell zu unterstützen durch Subventionen, wie das heute geschieht. Diese andere Politik hätte selbstverständlich Konsequenzen für die Politik der NATO und vermutlich dann für das Verhältnis zur NATO. Da die Auflösung der NATO, wie zum Beispiel von der SPD in ihrem Berliner Grundsatzprogramm vom Dezember 1989 vorgesehen, offensichtlich nicht möglich ist, könnte Deutschland, zusammen mit Frankreich und anderen, auf Distanz zur Aufrüstungspolitik der NATO gehen. Dafür wären dann die Polen, die Balten und ihre potenziellen Verbündeten bei der weiteren Militarisierung Europas zuständig. Die für diese vorgesehenen US-Panzer zum Beispiel würden dann nicht mehr im Bremer Hafen angelandeten auf der Eisenbahn nach Polen transportiert, sondern in Danzig oder einem anderen polnischen oder baltischen Hafen. Und selbstverständlich müssten wir im Rahmen dieser Politik die deutsche Souveränität über Rammstein wiederherstellen. Das wären insgesamt schon sehr gravierende Schritte. Aber sie brächten uns nicht weniger, sondern mehr Sicherheit, weil wir nicht mehr das herausragende Ziel von Militärschlägen wären, das aus militärischer Stärke und Aufrüstung folgt. Unser Land hätte in Zusammenarbeit mit ähnlich gesonnenen Ländern und Völkern der Welt eine ausgesprochen große Chance. Wir würden Ressourcen sparen. Wir könnten weiter und wieder vom Austausch mit anderen Ländern wie Russland und China profitieren. Zum Beispiel die Energieversorgung aus Russland wieder aufnehmen. Zum Beispiel den Handel mit China unbehindert und ungestört durch die imperialistischen Träume und realen Aktionen der USA weiter pflegen. An dieser Stelle muss man mal gedanklich anhalten und betrachten, was zurzeit eigentlich geschieht und welche Änderungen unseres Verhaltens wir auf Betreiben und auf Anweisung anderer vollzogen haben. Unsere Versorgung mit russischem Gas wurde zerstört. Vermutlich von den USA, möglicherweise mit Unterstützung anderer Staaten im Umfeld des Anschlages, die man unsere Freunde nennt. Und ohne Sanktionen unsererseits. Unsere guten wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu China werden infrage gestellt. Man zwingt uns zu unfreundlichen Akten gegenüber China, wie etwa die Untersagung der Beteiligung und Investitionen in Unternehmen bei uns, während wir gleichzeitig die Übernahme deutscher Unternehmen durch US-Unternehmen klaglos hinnehmen. Wir haben diese Politik mitgemacht, ohne unsere eigenen Überlegungen und Interessen mit einzubeziehen. Der helle Wahnsinn. Von diesem Wahnsinn sollten wir uns möglichst schnell befreien und wieder auf Zusammenarbeit und Zusammenleben setzen, statt auf Konfrontation. Es geht dabei um die alten konzeptionellen Unterschiede. Wollen wir ein Volk der guten Nachbarn sein? Oder wollen wir ein Volk der militärischen Stärke sein, der Abschreckung und allen anderen Unrats? Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.